Ich lerne Deutsch. Nummer 5156 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin immer noch skeptisch, was Impfungen angeht. Ich bin immer noch skeptisch, was Impfungen angeht. Ich habe heute schon so viel eingekauft. Soll ich das auch noch mitnehmen? Es sieht aus wie eine große Explosion, aber es sind nur Wolken. Gestern Abend war ich noch mit Jutta in der Disco und wir hatten viel Spaß. Gestern Abend war ich noch mit Jutta in der Disco und wir hatten viel Spaß. Meine Tochter war zum ersten Mal in einem großen Aquarium. Anna hat vorher noch nie so große Fische gesehen. Meine Tochter war zum ersten Mal in einem großen Aquarium. Anna hat vorher noch nie so große Fische gesehen. Wenn du dir das genau anschaust, darfst du den nächsten Kuchen alleine backen. Wenn du dir das genau anschaust, darfst du den nächsten Kuchen alleine backen. Prokuristen tragen eine große Verantwortung, da sie maßgeblich an unternehmerischen Entscheidungen beteiligt sind. Der Fliesenboden ist fertig. Die Arbeit ist beendet. Der Fliesenboden ist fertig. Die Arbeit ist beendet. Wir melden uns freiwillig und haben auch schon Ideen zur Optimierung. Wir melden uns freiwillig und haben auch schon Ideen zur Optimierung. Moderne Technologie hält Schritt mit den Anforderungen moderner Unternehmen. Moderne Technologie hält Schritt mit den Anforderungen moderner Unternehmen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vorher schade schade. Ich vermöse die Aufmerksamkeit. Ich vermöse die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.